Zum Trie, zum Trü, zum Tralala, der Schäl je nur mit Janzer. Zum Trie, zum Trü, zum Trü... Schäl! Schäl, wo bist du dann? Mann, immer muss man der Kerl sökken, wo ist der dann? Schäl! Voller Dabelchen, jetzt schreien Sie mal nicht so rum hier. Haben Sie das denn noch nicht gehört? Der Schäl geht in Rente. Wat ist los? Der Schäl geht in Rente? Knollendorf ohne den Schäl, das geht doch ja nicht. Ja, noch mal langsam, junger Mann, nicht der Schäl. Der, der ihm die Stange hält und die Stimme verleiht, der hier in Rente. Walter Oeppen! Ja? Wie klappt's? Sie gehen in Rente. Ja, entweder es klappt oder es klappt zusammen, wie beim Klappstuhl. 30 Jahre Puppenspiel im Hänneschen haben Sie hinter sich. Sie haben mehrere Figuren gespielt, aber der Schäl war immer Ihre Traumrolle. Warum? Der Schäl ist eine dankbare Rolle. Er ist ja kein besonders lieber und guter. Er ist ein etwas hinterhältiger, verschlagener Typ, der immer hinter anderen Leuten Geld her ist. Oder wie man Köln sieht, der läuft dann mit dem linken auch in der rechten Täsch. Hey, was schwarz ist doch wieder? Halt dich jetzt druss, ich bin dran. Und deshalb ist er auch dramaturgisch für unsere Stücke sehr wichtig. Er spinnt Intrigen, er leiert wieder ein schlechtes oder falsches Geschäft an. Und Hänneschen und Bärbelchen sind dann natürlich in der Aufgabe, das zu verhindern. Das Hänneschen wäre dem Herrn Öpens zu langweilig. Ja, zu langweilig. Also von der Stimmlage her nicht so geeignet wie der Schäl. Aber wie gesagt, charaktermäßig kann man da so richtig die Sau rauslassen und sich austoben. Was ist denn hier los? Oh, du dreckelige Güter, das macht das Land gewinnt. Meines? Guck mal, ich schnapp da die Pfiffi und dann fort mit euch. Das war ein terroristisches Attentat, ob mein Äthäppels plantage. Wann geht Walter Öpen am Stock? Ja, der geht am Stock, wann er mich der Janze da in der Hand hat und für mich der Lappi geschwart hat. Bist wieder still, ja. Es ist doch ein gewisser Verschleiß da, körperlich, diese 30 Jahre Puppenspiel. Es ist eine einseitige Belastung von Rücken, einmal die Puppen zu führen, das ständige nach oben gucken. Die Puppen sind ja über Kopf, ab 1,80 Meter. Das ist erst mal dann auch das Halten der Puppe, die ja teilweise so bis 5 Kilo geht, in der linken Hand. In der rechten Hand, die ist etwas beweglicher, das ist schon mal ganz schief alles. Und dann müssen wir natürlich hier Kulissenumbau machen. Da machen sich die Leute kaum einen Begriff von, bis sie mal hier eine Führung hinger die Brutz gemacht haben. Das sind teilweise massive Holz-Kulissenteile, die auch zum Teil per Hand eben hochgewuchtet werden müssen. Sie gehen ja freiwillig in Rente, also in Frührente. Warum? Wir arbeiten von Mittwoch bis Sonntag, wir arbeiten abends. Das erschwert natürlich die sozialen Kontakte und auch, dass man selbst mal ins Theater will zum Beispiel oder andere Freizeitaktivitäten machen will. Und darauf freue ich mich, die Freiheit jetzt zu haben. Überhaupt Dinge zu tun, die in letzter Zeit zu kurz kamen. Ich werde also wieder intensiv Klavier üben, was ja von Hause aus musikalisch meine Heimat ist. Ich habe einen großen Garten hinterm Haus, der muss bestellt werden, da habe ich wieder mehr Zeit für. Also es gibt genug Aktivität. Die Ehefrau oder die Partnerin? Selbstverständlich, die steht im Hobby ganz vorne. Meinen Sie denn, Sie werden den Schäl mal vermissen zwischendurch, oder? Ja, werde ich den Schäl vermissen? Ja, sicher wirst du mich vermissen, so ein Levekerl wie ich. Ach, jetzt halt da den Schluss, Levekerl, hör doch uns ab. Ja, das lasse ich einfach mal so kommen, auch wieder nach dem Kölschchen Motto, es küt wird küt, das kann man schlecht voraussagen. Sie sind eine richtige Kölsche. Ja, das ist auch eigentlich Voraussetzung, um hier arbeiten zu können. Es gibt zwar auch Immis, die hier hinkommen und Kölsch lernen, aber das ist natürlich schwierig, wirklich vom Klang her. Hier im Hänneschen sprechen wir, wie ich immer sage, reichsstädtisches Hochkölsch, weder Gossenkölsch noch sonst auch kein Rocksehnenkölsch oder Südstadtkölsch. Und das muss einfach hier sitzen, und das hat man am ehesten, wenn man auch in Köln geboren ist. Wie viel Schäl steckt denn in Herrn Oeppen? Ich hoffe nicht viel. Man kriegt ja dann, wenn man geht, beruflich, kriegt man ja so die eine oder andere Lobrede, ja, schöne Worte gesagt, das habe ich auch sehr genossen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das mal so anhöre, könnte man sagen, ich hätte das Schäl nur gespielt, ich wäre das aber nicht gewesen. Und das habe ich extra gesagt, weil das hier in diesem Theater auch schon mal der Fall war, dass man sagte, der spielt den nicht, der ist das. Der Walter Oeppen kann ja auch so ein bisschen halb sein, habe ich gehört. Ich bin der Schreie, Willi, Junge. Ich bin ein ganz lockerer, cooler Typ, stand mitten im Lever, habe ein paar Mädchen laufen. Und meine Lebensphilosophie lautet, Enthaltsamkeit, Sparsamkeit, Disziplin. Ich enthalte mich eh nicht Arbeit, Sparsam mit antialkoholischen Getränken und rauche diszipliniert mit 50 Zerrett am Dach. Jetzt ist der Oeppen einfach total durchgedreht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Sie haben sich ja viel vorgenommen. Dankeschön, ich werde mir Mühe geben. Ich wünsche Ihnen alles Gute.